Moin moin Leute, was geht bei euch? Agri für euch am Start, wir zocken noch mal eine kleine gepflegte Runde Marine Arena Ich hoffe, hier sind schon ein paar Leute drin Ja, ein paar Zwei stehen noch aus Werden wir wohl auch gleich finden Los geht's Nice Willkommen Willkommen Alle wollen sind normal So, was nehmen wir jetzt dazu? 60 Minuten ist in Ordnung Dann machen wir auch noch mehr 60 Minuten So, wir holen uns Erstens, die Zerklinge ist sehr geil, muss ich sagen Ach, kann ich noch nicht Mist Stimmt ja Immer mit der Ruhe Worauf soll ich machen? Wir machen mal Upgrades für unsere Marines Holen uns später dann Stärkere Mercenaries Macht einfach mehr Sinn Die kaufe ich mir Kannst kaum noch erbauen Hier komm ich Wenn wir die Dinger hier noch brauchen Noch ein bisschen Durchgeladenlos entsichern Sicher Bereit machen Jungs Unsere Verbündeten werden angegriffen Mh Ausgeladenlos entsichern Ausgeladenlos ESG Ausgeladen her Direkten Tink Organ Sie werden angegriffen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Kommt schon. Ab die Borst. Sehr schön. Worauf soll ich ballern, Sir? Tank ist immer nice. Hält sich auch noch ein Tank? Schön. Lauter! Durchgeladen und entsichert. Ah, es sieht schon besser aus. Ich habe den Oracle dazu geholt. Am Himmel. Ich kann es kaum noch erwarten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wahnsinn. Seht ihr? Ich kann es kaum noch erwarten. Jawohl. Das sieht richtig gut aus. Wird gemacht. Geht auf. Ganz kaum noch erwarten. Abmarsch bereit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hier komme ich. Kommt noch was? Selbstverständlich. Bereit machen, Jungs. Ich kann es kaum noch erwarten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Seht ihr? Hier komme ich. Abmarsch bereit. Bingo. Bingo. Aber sicher. Worauf soll ich ballern? Wer hat die Flotte gerufen? Ja, Commander. Kreuzer einsatzbereit. Kreuzer einsatzbereit. Nice. Wo? Ich muss erst mal wieder meinen Mandartower aufbauen. Schon 40 Kills, der Kollege, ja? Durchgeladen und entsichert. Aye, aye, Sir. Selbstverständlich. Jawohl. Geht klar. Hier komme ich. Roger. Sicher. Bingo. Befehle erhalten. Aber sicher. Selbstverständlich. 10-4. Befehle erhalten. Wann geht's los? Supportor erstmal abgraben. Müssen erstmal unseren Kollegen hier heilen. Wann geht's los? Schön. Marins kann ich noch nicht upgraden. Wir können hier etwas Hilfe gebrauchen. Los, geladen und entsichert. Sie wünschen? Sie wünschen? Was ist das Ziel? Was ist das Ziel? Wann geht's los? Ich steck ganz schön in der Klemme hier! Scheiß Benjis. Ach, Kreuzer einsatzbereit. Ja, Commander? Was ist denn? Das ist aber. Was auch immer. Ja, Commander. Jawohl. Was auch immer. Werden angegriffen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Verstanden. Grund. Okay. Ich bin unterwegs. Was ist das? Fuck. Jawohl. Wir müssen viermal Marine Attack Speed forschen. Okay. Oder holen wir jetzt andere Sachen. Ist doch eine Frage. Ich darf das Ding hier nicht heilen. Nein, scheint nicht. Sie wünschen. Abmarsch bereit. Oder generell. Ganz kaum noch, Herr Baum. Ja, Commander. Wird gemacht. Jawohl. Auf dem Weg. Und nun? Ach, wirklich? Ach, toll. Hat EMP gezündet. Kann ich sowieso nichts machen. Aber vielleicht kann ich hier... Der Lurker wäre auch geil. Den hauen sie mir wahrscheinlich auch sofort weg. Hydrash. Oh, fuck, ey. Jetzt hat er mein Ding gekillt. Dieser Drecksack. Ja, noch 50 Mineralien. Nicht mehr Golder zur Zuhö. Ja, verstanden. Bingo. Geht klar. Ja, was ist Koliaths? Oder was? Hybriden sind natürlich auch geil. Das ist jetzt echt die Frage, was man da macht. Und da sind die Frage, was man da macht. Ja. Das ist Kalldruck, Herr Bauer. Oh, Sonny. Okay, wir holen jetzt Goliaths. Vielleicht das Upgrade hier. Die gute Multi-Zielaufschaltung. Das ist schon geil, wenn die Boden- und Luftanheiten gleichzeitig angreifen können. Ist klar! Bereit machen, Jungs! Jawohl! Kannst du, worauf soll ich falle? Kannst du, worauf soll ich falle? Kommt noch was? Wie viele erreichen? Abmarschbereit? Sicher! Bingo! Wird gemacht! Hier komm ich! Aber ist doch relativ ausgeglichen auch, von Clates her. Aber ist doch relativ ausgeglichen auch, von Clates her. Haha! Sehr geil, ey! So, Unit Upgrades. Wir pullen uns jetzt hier schön hoch. Aber sicher! Wir sind... Anmarschbereit! Roger! Eie Eichhör! Die kümmern! Worauf soll ich falle? So gelassen und entsichern! Fuck! Ach, er hat sich jetzt auch Goalies geholt. Sehr gut! Das war gerade aber echt übel. Das war nicht gewollt. Nachkorn ausgerichtet. Positiv! Was die Dab! Hehehe! Haben sich da einige mehr geholt? Okay. Okay. Komm, Link. Worauf soll ich ballern, Sir? Verstanden! Und da goes. Und da geht's. 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 Ja, es ist nun ein bisschen defense aufbauen ich sollte da bleiben unsere verbündeten werden angegriffen die überwiegst dann schon ganz gut von denen fuck wieder hoch wir müssen hier mehr die raids dran nehmen das ist mir nicht richtig schlecht die 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 so ab ja das war es mit seinem einen und gleich gibt es wieder Cola vierte Zeit schon rum ja 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 Was ist das? Kommeling online. Bestimmte die Verwaltung. Daten erhalten. Tank-Comp. Waffen-Klirre. Ziel ausgemacht. Positiv. Bestimmte die Verwaltung. Ich kann's kaum noch erbauen. Fuck, da kriege ich mir das einfach. Geht auf. Verwürdige Unterstützung. Also gut, abwärts haben die nicht, aber irgendwie brauchen die meine Einheiten trotzdem jetzt schon weg. Los, Keller. Kommt nochmal. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Nachkommen. Bestimmten. Die sind stark hier. Sieben. Kanal offen. Positiv. Bestimmte die Verwaltung. Worauf soll ich ballern, Sir? Positiv. Selbstverständlich. Ich kümmere mich drauf. Bereit machen, Jungs. Schaden. Schaden. Kanal offen. Positiv. Nachgucken. Systeme. Kommeling online. Losgeladen und entsichern. Kanal offen. Auf die Post. Ich mein. Kanal offen. Kommeling online. Kommeling online. Ja, die Kuhle jetzt erstmal rüberziehen. Dieser Assi, Alter. Ah, der ist schon 8 Angriff. Ich habe Angriff natürlich meine Hausnummer. Weiter, attack call. Systeme funktionsfähig. Nachbombe ausgerechnet. Bestände. Anmarschbereich. Roger. 10-4. Aye, aye, Sir. Worauf soll ich ballern, Sir? 10-4. 10-4. Ihr könnt ihr etwas Hilfe gebrauchen. Bestätigt. Bestätigt. Abmarsch. Aufgetankt und einsatzbereit. Verstanden. Warum nicht? Weiter, attack. Schießen Sie los! Was gibt's? Was ist das Ziel? Rollen wir los! Hammerhart! Ich muss das mal ein bisschen locken wieder. Ziel ausgemacht. Und jetzt. Bestätigt. Nachkommt. Ausgerichtet. Daten erhalten. Tankung. Bereit machen, Jungs. Geht her. Anmarschbereit. Kommt noch was? Nicht genügend Energie. Aber sicher. Sehen wir. Kommt noch was? Wird gemacht. Hier komm ich. Ach ja genauer. Hier boosten konnte man ja damit. Das habe ich ganz vergessen. Durchgeladen und entsichern. Wahnsinn. Los geht's. Die können wir jetzt vielleicht überrumpeln sogar. Wo wird hier genuket? Ich bin sowas von dabei. Was ist das Ziel? Die müssen das Verbündeten werden angekündigt. Weiter. Systeme. Weiter geht's. Weiter geht's. Weiter geht's. Was gibt's? Fuuuck. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich versuche legz suy. Mach gut geht's hier. Kollege Wer juckt denn hier die ganze Zeit? Frechheit Da kann ich nichts mehr upgraden Da gehts wieder ab Was gibt's? Was ist das Ziel? Unbedingt Da bin ich dabei Nicht genügend Energie Beständig Ziel aufgeschaltet Beständig 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 Datenverhalten Tank Positiv Beständig Halt Unsere Verbündete werden angegriffen Datenverhalten Tank werden angegriffen Ganz vergessen diesen Guest Sieht aber echt nicht schlecht aus Obwohl ich hier trotzdem verkacke Hm Weiter Tag Kommen Bestätigten Gold Bestätigt Bestätigt Schieb sie los Nicht genügend Energie Nicht genügend Energie Bip 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 37 Kills wenn Sie he Nach Okay. Ja, wir haben ein Part-Gefiedert jetzt, das war echt ein Problem. Definitiv! Unter mir! Ganz kaum! Das ist echt scheiße, ob ich mal ausschalten soll. Kommt noch! Durchgeladen und endlich! Bereitmachen, Jungs! Ganz kaum noch! Abmarschbereit! Gitter! Hier komm ich! Aber sicher! Warum nicht? Bingo! Warum nicht? Bingo! Warum nicht? Nein? Oh, fuck. Jetzt hat er zwölf. Ich habe acht Angriff. Eine Panzerung habe ich auch ein bisschen noch dazu. Daten behalten, Tempo. Systeme Funktionsfähigkeit. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Wir zeigen, wer stattfindet. Zehn Minuten nur noch. Geht hier. Weiter, TagCore. Boden gehen. Daten behalten, TagCore. Ziel aufgemacht. Bestätig berufen. Daten behalten, TagCore. Ich bin hier mit Abstand jetzt von allem das Schlechteste. Ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand. Ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand. Ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand. Ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand. Ich bin hier mit Abstand, ich bin hier mit Abstand. Die Kolosse sind zu stark. Ah, Kolosse down. Hart gefeedet. Mal wieder. Ja, Konix hat auch hier mit am meisten Kills. Wie ein Koloss da. Nachgebaut. Ich muss schnell nochmal nen Tank dazu. Ziel ausgemacht. Na? Aufgedankt und einsatzbereit. Kanal offen. Wann geht's los? Benötige Unterstützung. Gartenverhalten. Erkommen. Fuck. Meine Fresse. Holt man sich mal nen Tank? Was sind die Linge? Wie stark sind die überhaupt? Die müssen so viele Upgrades haben. Ich kann nicht down. Beep Beep. Beep. Ich habe keine Chance. Er ist gleich vorbei. Seit der Death. Aufgedankt und einsatzbereit. Nicht genug unserer Verbündeten werden angegriffen. Zurück. Ich kann mich nicht nachmachen. Das war so. Ziele ausgebildet. Daten erhoben. Doch nicht genügend in der Reihe. Doch mehr täglich geführt. Schreckliche Anrufe. Daten erhalten. Tanker. Systeme. Daten erhalten. Tanker. Positiv. Kanal offen. Weiter Tank kommen. Nicht genügend Energie. Beständig. Koppeling online. System Kanal offen. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Hat sie auch wieder einen Tank geholt jetzt hier. Systeme funktionsfähig. Ab die Post. Ich weiß alles platt. Koppeling online. Nachfragen ausgerichtet. Was gibt's? Warte mal. Na ok. Wir dürfen ruhig mal kommen. Wann geht's? Schießen Sie los? Stellen wir uns mal lieber wieder oben drauf. Das geht. Ich weiß alles platt. Systeme. Komlink. Kanal offen. Komlink online. Aufgedankt und einsatzbereit. Ja, Sir. Weiter. Kanal offen. Kanal offen. Punkt. Fuuuck. Aber ja klar, dass ich den nur verliere. Ich hatte das Gefühl, dass es alles ein bisschen leiser geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass alles ein bisschen leiser geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass alles ein bisschen leiser geworden ist. Ich habe das Gefühl, dass alles ein bisschen leiser geworden ist. War es wohl jetzt. Ja. GG. Aber war in Ordnung. War in Ordnung. Ich habe eine Menge Laune gemacht. Ja, ich war aber grottenschlecht, würde ich mal so behaupten. So Leute, ich mache jetzt mal wieder einen kleinen Break. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich denke mal, dann werde ich wieder eine Runde Marine Arena zocken. Macht gerade richtig Laune, dass ihr geht. Okay. Haut rein. Viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Agri out. See you. See you.